happy birthday to you herzlichen glückwunsch für alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble wo bin ich denn hier gelandet ich spiele heute mal wieder mecharena und ich weiß nicht mehr was ich heute morgen gespielt habe auf jeden fall da spiele ich ich glaube das war fünf gegen fünf viel spaß ok es geht es los sind gerade hat er gehabt wo bin ich in Gefahren das war ja mal richtig kacke na hier klappt ja mal gar nichts ja wohl Ach Mensch Was ist denn das hier? Das läuft immer gar nicht. Das läuft immer gar nicht hier. 7 zu 17. Jetzt aber. Ach ja. Oh. Wee. Ach ja, ach ja. Was ist denn das hier? Ach ja. Ach ja. Ach ja. 11 zu 16. Ach, das war verlieren. So eine Mist. Das war ein bisschen knapper gewesen, wie gerade es los ist. Ach, aber nicht gut. Ne, 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 ne. Das geht besser. Und zwar in der nächsten Runde. Viel Spaß. Okay, die zweite Runde und es geht los. Oh, die Arena ist doch schön für Raketen. Die ist riesig, die Arena. Hiks tipping. Personaler. Well done. Double clean. Well done. Ermahe. ordrei. yaptrinster. Well done. Humiliation. Well done. Let's be fire. Die. Well done. Humiliation. Well done. Let's be fire. ich bin da aber egal ich habe noch so einen schnellen flitzer und der hat rakete down oh nice nice das war schon mal sehr gut so i missed da haben sie mich da haben sie mich rest in peace so 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 Ah, Mensch Gott So, bleibe ich hier stehen Ich glaube hier, das ist eine gute Position Weil die Rakete im Fliegen nicht so weit Ach, das ist so ein scheiß Roboter, wo alle sterben in der Nähe Okay, da kommt jetzt mein Scharfschütze dran Direkt da Okay Scharfschütze hat getroffen Aufladen 4, 3, 2, 1 Ja 8 zu 9 Das gibt's doch nicht Erstmal noch ganz vorne Ich weiß nicht Ich weiß es nicht Das gibt's doch nicht Ja Nach Den Ah Ah Ja Das war's. Ah, ja klar, ich dachte, er wäre doch dahinter. Ja, 1-1, das wird spannend. Komm, wir fangen dies mal direkt mit denen an. Na ja, 1 hat getroffen, immerhin. Ja, 1 hat getroffen, immerhin. 3-4. Ah, die haben mich erwischt, die haben mich erwischt. Wir liegen in Führung. Das müssen wir doch jetzt geschaukelt kriegen hier. Nein, wir haben noch verloren. Wir haben noch verloren. Oh Gott, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Naja, egal. Ich glaube, das war die dritte Runde. Ich weiß es nicht. Nein, das war die zweite Runde. Zweite Runde, oder? Obwohl, die erste Runde lief scheiße, die zweite Runde gut. Jetzt wieder scheiße. Muss die dritte gewesen sein. Noch 10 Kn 줄. Ich sage immer, dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn du was senken siècle erzählst. Bis dann bei euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.